Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team Arctic Citadel Part Nummer, keine Ahnung. Wir kämpfen immer noch um die 93 Donald Parham. Wir müssen heute neue Challenges machen. Schauen wir mal. Scorer Field Goal, this drive. Make a 45 plus. Ja, Field Goal. Haben wir das nicht schon gemacht? Aber gut. Dann machen wir, probieren wir nochmal ein Field Goal zu machen. Diesmal klappt der Run gut? Nee. Wir sind noch ein bisschen langsamer voran. Boah, Blockmeister sind da. Ja, jawoll. Einmal noch. Das ist Mixen. Raus an 38. Kick ist gut. Kick ist drin. Zwei Sterne sind unsers. Returnal Kick für 20 plus Yards. Oh. Oder für 25 Yards. Okay. Das ist mal was ganz Neues. Von mindestens 25 Yards. Starten an der 5. Das heißt, wir müssen mindestens bis zu 30 kommen. Das ist aber nix. Da fehlt uns genau ein Yard. Ein verdammter Yard hat uns gefehlt. Und dann kriege ich schon den seitlich kicken. Und dann reicht es wieder nicht. Und dann reicht es wieder nicht. Das sollte reichen diesmal. Playnext Challenge. Returnal Punt for 10 plus Yards. Uff. 10 plus Yards. Das ist okay. Das liest sich immer so einfach. Und wie haben wir es gerade gesehen. 25 Yards ist nicht einfach. Und das sind 5 Yards sind viel. Oh. Schön. Johnson. Easy. Easy. Schön außen rum gelaufen. Don't allow 50 Yards. Get 5 plus tackles in the first quarter. Okay. Keine 50 Yards erlauben. Das ist machbar. Das ist wirklich machbar. Okay. Das ist mit Nähe. Zack. Zack. So kriegst du ja keinen Tag. Das ist nämlich schon die weggeheft. Das ist schon die weggeheft. Damit rechnen sie nicht. Der kommt überraschend. Ich habe zu spät gewunken. Ich habe zu spät gewunken. inte padd swallow. Das ist knowledge sehr. Genau. Das ist position 있지. Nein. Es sitzt momentan nicht. Aber packages gesagt. Und, ist's auch nicht gespannt. Hö How many ... Höhen! Geil! Höhen! Unter dem Simeon und in den Kornland. Es ist gut. Der Simeon hat den Korn. Die Chargers take over 1st und 10. Der 22-yard line. Das war's. Oh, jetzt haben sie locker die 50 Yards, locker haben sie jetzt die 50 Yards, Digger. Weißt du, ein Pass, du stellst einmal die Dinge um und schon kommt der Pass durch. 2 von 5 Tackles. 2 von 5. 3 Tackles, 4, 5, 5 Tackles, 4, 5, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 Also Tackle nur 5 und keine 50 Yard, View Post Game Summary, View Highlights. Vielen Dank. So, Finish Game. Meines Wissens ziehen wir durch mit den Challenges für heute. Das ist sehr, sehr nice. Large Present, nice. 800 Coins. Zürich durch. Ja, jeder einzelne Challenge. Und da fehlt uns ein Stern. For a Fumble. Ist okay. Doch, den einen Stern kommt jetzt auch nicht an. Auf jeden Fall brauchen wir, glaube ich, noch eine Reihe von denen. Und da müssten wir es haben. Eigentlich. Also Donald Parham, wir kommen. Wir sind nah dran. Wir sind echt nah dran. Genau. Danke für's Zuschauen. Sag Ciao mit Frau. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssikowski. 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 Tschüssikowski.